Können Mieteinnahmen auf eine Erwerbsminderungsrente angerechnet werden? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe aktuell wieder eine ganz interessante Schnellfrage bekommen. Und zwar geht es wieder um das Thema Hinzuverdienst und Anrechnung an die Rente. Sehr oft erhalten wir ja solche Schnellfragen oder solche kleinen Fragen immer zum Thema Altersrente. Heute betrifft es mal das Thema Erwerbsminderungsrente. Und zwar wie folgt, mein Ehemann erhält eine volle Erwerbsminderungsrente. Wir vermieten privat mehrere Wohnungen und zahlen gemäß Einkommensteuerbescheid auf die Mieteinnahmen Einkommensteuern. Unsere Frage nun, sind die Mieteinnahmen als Einkommen bzw. Hinzuverdienst zur Erwerbsminderungsrente bei der Deutschen Rentenversicherung anzugeben und kann die Erwerbsminderungsrente dadurch gekürzt werden? Im Grundsatz gilt bei dem Recht des Hinzuverdienstes nach § 96a, das ist die Vorschrift für die Anrechnung des Hinzuverdienstes bei Erwerbsminderungsrenten, das gleiche wie bei der Anrechnung des Hinzuverdienstes bei vorgezogenen Altersrenten. Anrechenbarer Hinzuverdienst ist grundsätzlich immer nur Arbeitsentgelt, zweitens Arbeitseinkommen oder vergleichbarer Einkommen. Daneben gibt es noch Sondervorschriften für die teilweise Erwerbsminderungsrente und die volle Erwerbsminderungsrente. Da gibt es nämlich die Möglichkeit, dass da auch noch Erwerbsersatzeinkommen angerechnet werden kann. Das erkläre ich mal in einem späteren Video. Aber grundsätzlich ist es so, dass Arbeitseinkommen, das ist der Gewinn der Selbstständigen, selbstverständlich auf eine Erwerbsminderungsrente angerechnet werden kann, wenn er die entsprechenden Freibeträge im Jahr übersteigt. Und die spannende Frage, die hier zu prüfen ist, ist denn eine Mieteinnahme ein Gewinn eines Selbstständigen? Und da sagen wir oder ich sage, nein, grundsätzlich sind die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung nach § 21 Einkommensteuergesetz unterliegen keiner Gewinnermittlung, sondern einer Überschussrechnung. Und damit ist klargestellt, dass diese Einnahmen, und so sind sie meistens auch in den Steuerbescheiden ausgewiesen, keine Einnahmen aus einer selbstständigen Tätigkeit sind und schon gar nicht aus einer gewerblichen Tätigkeit. Wenn nämlich Mieteinnahmen aus einer gewerblichen Tätigkeit vorliegen würden, müsste der Vermieter nämlich auf seinen Mietzins Umsatzsteuer berechnen. Und das machen ja die meisten privaten Leute nicht, die irgendwo ein Haus haben oder die eine Eigentumswohnung haben und zum Beispiel an mich vermieten würden als Privatmieter, dann zahle ich praktisch nur den ganz normalen Mietzins. Deshalb muss ich unserer Anfrage hier gar keine Sorgen machen. Erstens, Mieteinnahmen sind grundsätzlich kein Gewinn, damit kein Arbeitseinkommen und damit schon gar kein anrechenbarer Hinzuverdienst. Und zum Zweiten auch nicht bei der Deutschen Rentenversicherung zu melden. Nur wenn es gewerbliche Mieteinnahmen wären, dann müsste man entsprechend melden. Aber das sieht man dann auch im Einkommensteuerbescheid, wie die Einkommensart hier deklariert ist. Näheres zum Thema Hinzuverdienst und Erwerbsminderungsrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.